Und das ist Dubstep Worauf war ich denn? War ich auf Harmonie-Geskilled, oder? Ja, ich war auf Harmonie-Geskilled Was hatte ich denn hier? Tschüss auf andere Spiele, heilen Aber ich glaube, ich mach's sogar Ich werd das hier auch noch hoch machen, ein bisschen Was haben wir hier? Das ist ja auch nicht schlecht Naja So, gibt's den Munitionstyp? Sofälligerweise Äh, ich hab irgendwo was gesehen, ja? So, gut Rack mich nicht, wo? Doch, hier oben Hier oben, hier oben, in der Garage Ah, sehr nice Hohe Qualität, niedrige Preise Und ich stelle keine Fragen Alles klar Ich kann kein Wo kann ich Rocket, ähm Raketen kaufen? Herzlich willkommen, Kunde Weißt du, dass du völlig? Äh, gute Frage Lass mich wissen, ich hab etwas ins Auge gefällt So, ich würd sagen, dann nehmen wir einfach mal den Ding in Angriff Den Roland zu retten Jo So, ich fahr da mal vor Oh, du wirst schon schießen Ähm, ich schieß dieses Mal Und ich bin schon weit auf dem Highway Okay, to hell Wee Der macht halt mal auf uns Du drauf geh, ich wetz dich nicht Nö, nö, ich reiß jetzt erstmal Oh, cool Dann ladebildschirm Ladebildschirm, 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 ladebildschirm So, wir sind Ach, schsch, wir müssen jetzt erstmal ein Catch-A-Ride holen Ähm, Moment, das haben wir jetzt gleich So, ich spawne jetzt einfach das Banditenfahrzeug Vor den Banditen Äh Ach, nee, Moment, falsch Ähm, Fahrzeugtyp Nee Haben wir jetzt was vergessen? Wie kriegen wir den ins Catch-A-Ride? Ah Okay, passt Hab ich Boah, die sieht geil aus irgendwie Das sind so, ähm, Battle-Ranks Voll geil Ich glaube, wie coolere ist Was hast du da? Das war bei Wadde, das war da ins Geschütze rein Sind die alle anders oder hast du, kann man da verschiedene auswählen? Kann auch auf die Genie auswählen Hey, helft Wow, das Aussteigen ist auch Das Aussteigen ist auch voll cool, die steigt voll geil ein Äh, und voll geil aus, so Hup mal Uh, hallo, lady Also Hup hier im Blattschirm, du Scheint einer von uns zu sein Lasst ihn rein Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen Also, wie wird's sein, wir metzen jetzt mir alles weg Klingt nach nem Plan Ach, man kann hier nicht mit den Autos durch Das ist doch voll die Verarsche Ach komm, jetzt bat's mir doch alles weg Oh yes Warte, was? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Ja, meins auch So, ich hab noch eine Rakete und die werfe ich irgendjemand vor ins Gesicht Ich glaube, ich hab noch ein bisschen rechts Lauf mal ein bisschen rechts Da, wir reden, wir tun Wir haben einen Eindringling! Schnappet ihr Pando! Oh, 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 Kino! Was fällt! Was fällt? Kino! Wow, was kommt da? Da kommt Kung Fu Panda Badman? Fertz-Betmorgen das Spiel ist so ich habe schon wieder sehr viel Luftgejagd bis zum Dorn war wieder zu nah im Rocket Lounge also wenn ihr es schafft einer lenkt ab ich werde nicht hoch nehmen äh ich kann jetzt wieder hoch nehmen wenn ihr Schockgranaten habt oder so dann werft sie, der ist relativ unbeweglich das Spiel schon Stimmt, die Schockgranate macht viel Damage ja, die packt echt aus Oh ne neiste Sniper, baut die jemand? Oh, ich glaub die nehm ich Wollte sie nämlich auch nehmen dann gib mir deine jetzt dann kriegt's wie kann die traurig nochmal Waffen? ja, wenigstens hast du deine, wischte die nicht die Sniper, die wollte ich hast du sie schon? ja ja, ich will die andere so ich hab die blaue aufgenommen ich hab die andere aufgenommen gibt's hier zufällig irgendwie Loot? was, welches... ah, hier gibt's auf jeden Fall ein bisschen Money davon geht's in Stronghold rein so, da war's grad Dung-Dung gemacht ich glaub irgendwas hat sich grad bei meinem Rechner ausgeschaltet irgendein elektronisches Gerät wollen wir ins Stronghold rein? äh, Lex kann nochmal her ja habst du dir doch Trouble? Falle da so, die war auch nicht so gut wie meine, die ich hatte lass mal gucken meine macht 215, denn ich hab ne aber sonst ist alles besser ich nehm einfach mal aber die, ah ne aber ich hab da noch, deine 215 macht, hab ich ne bessere für dich ja, der genau nehm ich die wie dropp ich die Waffen nochmal? ja, dann gib mir auch mal was ab weil meine macht nur 95 eigentlich hier ist eine mit 100 hier ist eine 100 ja, ich hab ne 215er Sniper, Fabi 215 215, ja, willst du die haben? wo ich hab? nein, meine macht jetzt auch 200 meine macht 95 ah, du bist süß dann nimm hier eine dann schnapp dir meine so, ich geh mal als Inventar bei mir eben und guck mal rein, was ich da hab ich glaub mal den Rocket Launcher ach ja, ich bin ein Genie ähm, was haben wir hier? Shotgun hast du mir grad die 130 gegeben? ja ja, die gleichen Stats, nur mit mehr Schaden, das ist cool ja, viel besser so eine die hat mehr Schuss nice, danke okay hey ich mag die Art Visier wie die drauf hat jetzt klopfen wir einfach mal freundlich an und sagen hallo vielleicht kriegen wir sie den ja uns uh, lande wird schon oh, die die hab ich grad ne, hab ich nicht äh, ich könnte einen ach bist du drin? sehr gut Roland muss hier irgendwo sein du schaffst das ganz bestimmt aber wenn Roland etwas zustößt sieh zu, dass Roland nichts passiert mein, gib doch zu Olle, dass du den auf den stehst mein Gott mädle so gibts ja irgendwie zufällig irgendwie ja, da ist einer den ich brauch ich zum healen Willkommen in Doktor Setz, tragbare Klinik was kann ich für dich tun? oh, ja stimmt, hier wäre gut ich hoffe, du bist geimpft gibt's hier irgendwie vielleicht ein besseres Show da gibt's ein Schild mit Kapazität und das ist sogar besser, das kostet tausende ich hab, ne, das ist mir zu teuer, ganz ehrlich was ist das? uh, das kostet tausende, das kostet auch, aber das eh ja ach, das ist so schwierig habt ihr mir vorhin nen Klassenmutschen neun gekauft? oh, unser ethnisch Neart-Charakter, Leute Bruiser, das sieht ziemlich fett aus Fett, wo? äh, die Richtung, wo ich grad stipe einen Nomaden Taskmaster Master und einen Bruiser auch einen Bruiser macht was, wenn ich den Bruiser mal lexplodieren muss ja, lachen er steht voller mein Visier HALT 了吧 he durch die Flagge durchs Seven mein Schuss an den Bruiser hat ja gerade mal 3200pa gearbeitet aber ich lieb meine Granaten irgendwieür gesichert fighting aber ich liebe sie, sie sind zurecht wie mit den Überschenken Also ich liebe sie, die sind witzig, die machen Zurufe jetzt wissen wir gar nicht ob der положoll Zeug warst du nicht. Also, ich denke mal, dass... Also, Bruiser machen allgemein viel Damage. Laut League of Legends, also. Nicht. Oh, das ist auch ein Abonnier. Moment mal eben. Ich hätte da ne Sache. Die ist zwar nur... Aber die macht mir Damage. Das ist witzig. Ich nehme jetzt auch mal ne Pistole. Ich spiel mir ne Pistole jetzt. So. So, ich hab am Anfang Ewigkeit mit ne Pistole gespielt. Pfff, Slotshot. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Geh auf bei mir ein und diese Blotshots sind in Nullkommanix tot. Wenn's so nicht geht, dann machen wir's einfach so. Oh, wo müssen wir hin? Was hab ich grad aufgenommen? Muss ich grad gucken. Ich hab grad irgendwas aufgenommen, ohne zu gucken, was ich aufgenommen habe. Äh... Mein Inventar ist auf jeden Fall voll reinlassen, 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 was ist das denn? Na, will ich nicht reinlassen. Oh, ich bin weg, 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 weg. Ja, ist was zur Spielzeit aus dem Wegs. Hey, mit da, was mehr kaufte du? Ähm, ja, kann ich spielen, wenn du möchtest. Das ist der Nomade, ja. Wenn jemand den Nomade hinten ablenkt, kann ich leben. 6 live. Das war, glaube ich, nicht weich genug. Ah doch, hat gereicht, gut ja. Aua. Wieder einer weniger. Moin. Oh, das sieht ganz gewaltig. Das sieht ja richtig viel. Das ist schönes. Okay, nehmen wir auf den. Ja gut, die... Warte mal. Ach, ich nehme die einfach mal. Ja. Ist da was drin? Nein, das nix schon, okay. Okay, ne, schon so. Was gibt's unten? So, Professor. Oh, Geld. Hm. Na. Oh. Gute. Nein, 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 nein. Er läuft! Oh, er hat echt tot. Komm mal, komm mal herhaus. Oh, dank. Das ist wohl gut. Geht der Bruce oder Hittner ist ich tot? So, ich kann ihn hochnehmen. Das wird dir nicht gefallen. Warum springt die Granate zurück? Ich weiß, wer ist da irgendwie immakuliert oder so? Okay, die Schütztod. Ach raus, ich hab gedacht, das wär dein Geschütz. Was hab ich genossen? Das, was da mit dem Weg stand, war mein Geschütz. Ach so. Wie war's bei dir? Oh, ich bin tot. Achtung, Achtung! Ich bin tot. Der bad ist Schücho. Ne, ich bin tot. Mach's dir wieder gut. Finde ich. Hier ist es Blanuf. Okay. Oh, 32 tut. Ich fang ab. Okay, Junge, Moment. Okay, 17, der ist schon wieder da. Also der Bad ist, der One-Hitted mich halt. Ich bin da. Ich bin da. Jetzt. Ich kümmere mich um das Geschütz. Ich kümmere mich um das Geschütz. Geschütz down. Ach, scheiße. Ach, ich hab gedacht, du wirst wiederbelebt, wenn der Dude down ist. Sorry. Wenn ich in der Töte... Nee. Was ist das für eine Scheiße? Das wird ein Game köstet. Ich mein, der lehrt ja auch so lang nach, hier, der Charakter. Das ist ja Wahnsinn. Das geht gar nicht. Das ist ja... Halleluja. So, da ist ne Kiste. Bisschen Munition. Oh, ne Waschmaschine. So. Ich hab doch vorher irgendwie... Was haben wir denn hier? Die Anpassung. Natürlich mal freischalten. Äh, was hab ich? Äh, was hab ich? Äh, äh. Ich find irgendwie... Moment. Also ich will halten, haben wir uns denn durchgekämpft? Ich glaub, ich lass den sogar drin, weil der den Stromschlag-Schaden hat. So, Jungs, wo seid ihr? Ich renne grad wieder zu euch. Okay, ich loot ein bisschen. Oh, jetzt bin ich da. Fien... Sind die Schock-Granaten eigentlich speziell die Granaten oder ist das ein Granaten-Mod? Granaten-Mod. Ich hab nämlich nur einen Standard-Granaten-Mod. Es ist nicht zu übersehen, dass die... So. Wow, ich hab Iridium gefunden. Das war schon zum dritten oder fritten Mal Iridium. Das ist einfach so. Man kann nämlich so oft das Geschütze bringen. Ihr könnt eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Möchtest du die Sniper haben? Ja. Welche? Die, äh, wo ich grade in der Hand habe, die macht 176 Damage. Wie gesagt, ich hab... ...193 Schaden. Ah, gut. Okay, mal die Lila und so. Ja, dann behalte ich die. Ja, hat die irgendwie... ...Explosions-Schaden oder sowas zusätzlich? Äh, Feuerschaden. Ja. Dann wird sie wohl mehr Schaden machen. Jetzt behalte ich sie! Hoho, ich bin ein böser Junge! Eine böse... ne, ich bin ein böses Mädchen! Hehehehe. So. Ähm... Das ist ein Radio. So. So steht man ab. Boah, ein Radio. Boah! So steht man ab. Boah, ein Radio. Phoenix, komm mal her. Ja. Hab ihr Radio gefunden? Hehehehe. Uh. Uh. Raoul in diesem Abschaum besser dran, ne? Wer will ich gar nicht nur an diesem kleinen Hinten säubern? Das heißt denn, ich werde dich nur an diesem kleinen Hinten säubern. Das heißt denn, ich werde dich nur an diesem kleinen Hinten säubern. Diese Bloodshots... ...oder diese Crimson Raiders-Idioten in Sanctuary. Hämme. Dann mach ich das nur zu gärmer. Wer das Psycho und... ...zu ist halt das? ...die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyrule in diesem Hinten... ...wein Schaden... ...wein Schaden... Pass auf, das hat noch viel gesagt. Okay, jo. Okay, der Bär, das kommt. Heard on. Wow. Das war... ...fucking knapp. Hier wäre ein... ...Haus, hier wäre ein Granatenmott für dich. Hä? Ich bin mit Brandschaden. Das Schöne ist, meine Macht hält einfach 4,65 Schaden. Ja, aber du musst den Brandschaden mit einrechnen. ... ... ... ... ... ... ... ... Und es fällt ja einige Sekunden. So, ich gehe mal ein bisschen aus dem Lärm raus, damit ich ein bisschen die Abmoderation machen kann. Aber das bringt irgendwie nichts. Doch, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ja, Freunde, und dann werde ich gleich wieder zu Phoenix und zu Haus stoßen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis morgen. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.